Florian Silbereisen und Beatrice Egli sind seit langem ein Paar, das die Herzen vieler Fans höher schlagen lässt. Ihre Liebe, die sich langsam aber sicher in der Öffentlichkeit entfaltete, ist eine Geschichte, die wie aus einem Märchenbuch zu stammen scheint. Doch heute, inmitten der strahlenden Scheinwerfer und dem Lächeln, das sie auf ihren Gesichtern tragen, offenbarte sich eine tiefere Ebene ihrer Beziehung, eine Ebene, die sowohl das Herz berührt als auch einen dramatischen Wendepunkt markiert. Es war ein sonniger Nachmittag, als Florian Silbereisen beschloss, Beatrice Egli zu überraschen. Die beiden hatten in den letzten Monaten viel zusammen erlebt, und obwohl sie oft von den Kameras verfolgt wurden, hatten sie es geschafft, die Intensität ihrer Beziehung weitgehend privat zu halten. Doch Florian hatte das Gefühl, dass es an der Zeit war, Beatrice zu zeigen, wie sie sehr er sie wirklich liebte. Er plante ein romantisches Picknick am See, einem Ort, den sie beide lieben und der fernab der hektischen Welt liegt, die sie sonst umgibt. Beatrice ahnte nichts von Florians Plan, als er sie an diesem Nachmittag bat, sich eine Auszeit zu nehmen und mit ihm diesen ruhigen Ort zu besuchen. Sie dachte, es wäre nur ein entspannter Ausflug, eine kleine Pause vom hektischen Alltag. Als sie am See ankamen, wurde Beatrice jedoch sofort klar, dass Florian mehr im Sinn hatte. Der Picknickplatz war mit Blumen und Kerzen dekoriert, und auf einer Decke lagen ihre Lieblingsspeisen bereit. Die Szenerie war perfekt, doch es war Florians Ausdruck, der Beatrice das Herz schneller schlagen ließ. Da war etwas in seinen Augen, eine Ernsthaftigkeit und Tiefe, die sie noch nie zuvor so deutlich gesehen hatte. Beatrice, begann Florian, als sie sich gesetzt hatten um den Ausblick über den ruhigen See genossen. Ich weiß, dass wir beide in den letzten Jahren viel durchgemacht haben. Die Welt sieht uns als das perfekte Paar, aber wir wissen, dass es nicht immer einfach war. Beatrice nickte stumm, unsicher, wohin dieses Gespräch führen würde. Ich habe dich in all diesen Momenten geliebt, in den Höhen und den Tiefen. Aber heute möchte ich dir etwas sagen, das ich vielleicht nicht oft genug sage, ich liebe dich mehr, als Worte es ausdrücken können. Beatrices Augen füllten sich mit Tränen, als sie Florians Worte hörte. Doch bevor sie antworten konnte, wurde ihre intime Szene plötzlich von einem unerwarteten Gast gestört. Ein Mann, den sie beide kannten, tauchte plötzlich am See auf ein ehemaliger Freund von Florian, der vor Jahren aus ihrem Leben verschwunden war. Florian, Beatrice, rief der Mann, während er auf sie zulief. Die Überraschung war groß, doch die Stimmung änderte sich schlagartig, als sich herausstellte, dass dieser Mann mit schlechten Nachrichten gekommen war. Ich wollte euch nicht stören, aber es gibt etwas, das ihr wissen müsst. Florian stand auf, sein Gesicht zeigte Sorge. Was ist los? Fragte er ernst. Der Mann zögerte kurz, bevor er sprach. Ich habe lange überlegt, ob ich es euch sagen soll, aber ich konnte nicht länger schweigen. Beatrice, ich weiß, dass du Florian liebst, aber es gibt etwas, das du wissen musst. Die Spannung war spürbar, und Beatrice fühlte, wie ihr Herz schneller schlug. Was willst du mir sagen? Fragte sie nervös. Vor einigen Jahren, bevor ihr zusammengekommen seid, hat Florian einen Fehler gemacht. Er hatte eine kurze Beziehung mit einer anderen Frau, und der Mann zögerte, bevor er die entscheidenden Worte sprach. Sie hat ihm nie gesagt, dass sie ein Kind von ihm bekommen hat. Die Welt schien für Beatrice in diesem Moment stil zu stehen. Florian, der die Wahrheit bereits kannte, hatte gehofft, dass dieser Teil seiner Vergangenheit nie ans Licht kommen würde. Doch nun stand es zwischen ihnen, wie eine unsichtbare Mauer, die ihre Beziehung auf eine harte Probe stellte. Beatrice, es tut mir so leid, sagte Florian mit zittriger Stimme. Ich wusste es erst vor ein paar Monaten, und ich wollte es dir sagen, aber ich hatte Angst, dich zu verlieren. Beatrice war sprachlos. Die Überraschung und der Schmerz, die sie fühlte, waren überwältigend. Warum hast du es mir nicht früher gesagt? fragte sie. Ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Ich wollte dich nicht verletzen, antwortete Florian. Aber jetzt, wo es draußen ist, möchte ich, dass du weißt, dass ich dich über alles liebe und dass ich bereit bin, diese Verantwortung zu übernehmen. Beatrice kämpfte mit ihren Emotionen. Der Mann, der sie so sehr liebte, hatte eine Vergangenheit, die sie sich nie hätte vorstellen können. Doch während sie dort am See stand, erkannte sie auch, dass Florian ein Mensch war, der Fehler gemacht hatte, aber der auch bereit war, für seine Liebe zu kämpfen. Ich brauche Zeit, Florian, sagte sie schließlich. Ich liebe dich, aber das ist zu viel für mich im Moment. Florian nickte, Verständnis in seinen Augen. Ich werde warten, Beatrice. So lange, wie du brauchst. Der Rest des Nachmittags verlief in angespannter Stille. Das romantische Picknick, das Florian geplant hatte, war nun überschattet von der Enthüllung seiner Vergangenheit. Doch am Ende des Tages, als die Sonne über dem See unterging, nahm Florian Beatrice Hand und versprach, dass er alles tun würde, und ihre Liebe zu retten. Die dramatische Enthüllung dieses Tages hinterließ bei beiden Spuren, und es war klar, dass ihre Beziehung nie wieder dieselbe sein würde. Doch die Liebe, die sie füreinander empfanden, gab ihnen die Hoffnung, dass sie auch diese Herausforderung gemeinsam meistern würden. In den kommenden Wochen zogen sich Florian und Beatrice aus der Öffentlichkeit zurück. Sie brauchten Zeit, um das Geschehene zu verarbeiten und herauszufinden, was dies für ihre Zukunft bedeutete. Doch eines war klar, die Liebe, die sie füreinander empfanden, war stark genug, und selbst die größten Hürden zu überwinden. Es lag nun an ihnen, ob sie bereit waren, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Ver lado über k ver ver k Vielen Dank.